Das ist ein Billiarden-Stern-Hotel. Schiffräsidenten, keine Billiarden-Stern-Hotel. Das ist ein Billiarden-Stern-Hotel. Das nennt sich Camping und so. Das nennt sich Camping. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Dann haben wir Heuerwäsch. Heuerwäsch, Heuerwäsch. Heuerwäsch, Dick. Das sind die Zwischstücke, wo ich so bauen. Schon nach Tampel, wo ich... Äh ne, den Ingen-Tampel verbunden. Die anderen haben schon Heuerwäsch verbunden. Und Heuerwäsch, Miesetrein-Tütsschweiß, Dürgen, für heute Bier schon rauszukommen. Geh, ich muss überhaupt dann. Und jetzt muss man das anderen. 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 Ähm, ja. Hop. Hierauf kommen wir. Das ist in der Reihe. Ich meine, ich bin, wo ich so gebaut habe. Und manchmal hatte ich auch schon erzählt. Das ist aber nicht so sicher. Das war am Nader gewischt. Und dann, äh... Und dann habe ich relativ viel gemacht. Und schon mal mein, Jahresaufschluss, äh, dumme Quatsch machen. Ich sehe da, woanders ist. Du hast alles, was wir hier wollen. Du hast alles, was wir hier wollen. Okay. Und dann, äh, das ist auch so. Ich wollte eigentlich nicht tun, weil ich ein bisschen spürsame. Du hast mal da im Gehen wie gestach gesehen, dass wir da haben. Ja, wir haben ja schon. Lob der Schluss durchkommen. Hm. Ich glaube, es ist verschwanderisch. Mal dem... Mal mal tun. Ja, komm mal. Topgeschoss. Ja, ja, ja. Ähm... Hier. Wann da, okay. Tipps oder... oder frohen untereinander. Winde einfach. Nimm da so, ah, cool. Das kannst du so machen. Da guck ich immer, ob ich ähm... dass wir eventuell cool manche so zu gesehen oder nicht können wir das einfach mal so schreiben dann den noch, den noch, den noch ja ich weiß ich relativ schnell hier am drücken auf link darf man schon mal am verdrücken verdrücken wie verklicken klingt besser so wie ernst das dann hier kannst du einruf dann müsste ich hier noch um zu kommen auch natürlich ab und zu warte ich mich schnell möchte da kann du hin da hinten an ja die brauchen wir auch die muss man schon setzen da kommen wir nicht vorbei komm, lass mal die Sand fassen ab, 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 ab 2, 3 2, 3 dann 2, 3 und g2 dann ab, ab dann hier noch, hier noch, hier noch, hier noch und oh, die geht doch so gut nachgeholt die ist schon nicht mehr also hier sehen wir tatsächlich schon wo Tracy geht oh nice oh nice ja das ist dann ich habe noch relativ fix gemacht hier und relativ weil ich relativ interessant fand jetzt bin ich schon am gang das wegen feiert wo ich noch abholen wo ich noch abholen wo ich noch abholen respektive an den dritten wo ich noch bauen das ist nice ähm hm 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 ok dann machen wir dann einfach mal danke ja hi 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 jahr hi 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 ja schon also das das muss man nicht das was ist dann am gang der heuterem zur verboten um Jan die heute die bleibe so dann wir mal so rufof ruf 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 oh hier geht sogar nach oben auch nach dann holen wir dann ein geteilt einfach den dingen gespeckt das einfach nicht weiter geht okay die lässt ziehen die halne schloten ist relativ nicht spürsamer ich gebe es so an meinem schwung wo wir hier hochkommen müssen auch im druck kommen behaupten es einfach nur so dass es funktioniert weil anna wird es mich darum sicher kommen oder kohlen und ja ich brauche doch wieder handeln zu starten geht natürlich schon dazu wenig gemacht schon zu wenig der schiene gemacht schon sehr viel am aufgang von polfaat darauf zu kommen dass wir nicht mehr gemacht wird ich gucke mal ob ich doch ein hand da brauche für also wie ich aufzukommen ich gucke mal oh ja ich brauche doch noch mehr wie ich gerne hätte mehr wie ich gerne hätte brauche ich dann noch ein ok also setzen sie mal die wuschelung nach kohlen setzen und dann also da gehen sie haben wir um zurück und da gehen sie machen neuer sichern respektiv neuer machen ich weiß wie sie gemacht genau dort und dann ähm ich gebe so und wir wollen sie tatsächlich ab heu am bier ich gebe mal sie urappen ich gebe mal sie ab heu urappen los ich gebe mal sie ab weg 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 ich meine warum müssen desto besser aussieht gut und heu rauf können wir vielleicht darüber ja da nun schaffen du kein untriff ja das ist immer schwer wenn sie sagt wie das heute möchte dann und ein dhau der wir trüe mal scribe sein und Ruf hast kein Problem, Ruf kriegst du immer im Schwung, erstmal aufgefallen, da schießt du für Bias Ruf, respektiv, noch für die Start-Dohanen, wo wir da brauchen. Ja, da wollen wir so Funktion, Funktionsbäge machen, oder Gangbäge, Gangbäge-Style und so, machen wir dann hier nur noch, ähm, so, 4, 4, 5, die Lute runter, äh, die Lute nicht facklen, die facklen nochmal ein bisschen en masse. Ähm, ja, also ich hoffen und tippen, dass es einfach nochmal da durchgeht, und, dass die Rest hier einfach vom, ähm, so, mal, für hier, kann, holen, für hier rüber zu kommen. Und für hier dann den Uffang zu machen, für mich brauche ich leider nicht. Du holst dann die Funktion, meinst du mal den Uffang? Theoretischerweise, von der Speed hier müsste ich durchgehen. Ähm, hier gibt es hier rauskommen. Machen wir es dann hier, ähm, für den Steck. Und dann hier, ab, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da gibt es so, wenn wir dann einfach, äh, äh, ich gebe es so, mal einfach in 3 auf die Nummer 6, jetzt gehönen, 1, 2, 3, äh, 1, 2, 3, 4, 5, ich hole mir heute schnell mal ein bisschen, hier raus. Lehen wir den halt ran, und den halt droppen, und dann, Mister Tutten, da hat mich durchgehen. Ich so, da hat mich durchgehen, ähm, ähm, komm, wir gehen mal ein bisschen kurz, nur heute schnell pannen. Puh, äh, schon gesagt, ich hatte viel gemacht, ja, aber weiter, das, ich hoffe, ein Finger Cross, das ist durchgehen, das Moment. Puh, äh,